Gansa enthüllt geheime Agenda. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches heißt Gansa enthüllt geheime Agenda. So, aufentspannt. Äh, ich weiß nicht, was uns hier erwartet, aber ich mag Daniele Gansa auf jeden Fall. Wisst ihr ja? Für die Leute, die unser Gespräch noch nicht gesehen haben, ist auf jeden Fall unten verlinkt. Erster Link in der Beschreibung. Lovelock und Gansa am Talken. Und wir gehen da jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben, da schreibt ein Kommentarchen. Abonniert den Kanal. Liebe geht raus und los. Und heute ist es ja so, dass durch den Ukraine-Krieg, die ja mit einer riesigen Propaganda-Welle begleitet war, dass die Leute wieder glauben, die Russen bedrohen uns. Wenn man heute abstimmen würde in Deutschland, würde ich mal schätzen, dann würden sie für die NATO stimmen und damit für die US-Einrichtung. Da sind wir ja bei einem Punkt. Die meisten Leute meinen eben NATO. Die NATO ist was Gutes oder so. In meinen Vorträgen sage ich immer, die NATO können wir vergessen, es geht nur um die USA. Die anderen haben nichts zu sagen, um das etwas überspitzt zu formulieren. Die USA ist überspitzt formuliert, aber hat er recht. Also ich meine, wenn man alleine mal guckt, was während auch dieser ganzen Kriegszeit auch passiert ist. Wenn du nur mal Nord Stream als Beispiel nimmst und da siehst, dass die US-Amerikaner quasi dafür gesorgt haben, dass diese Nord Stream Pipeline gesprengt wird und Deutschland extremen Energieprobleme, Energiepolitikprobleme und Industrieprobleme dann gleichzeitig auch reinrutscht. Und wir als Deutsche dazu nichts gesagt haben, unsere Politik, die Schnauze gehalten hat, hat Bevölkerung auch nicht wirklich jetzt da mal aufgestanden ist und gesagt hat, geht gar nicht. Da siehst du, dass wir einen Scheißdreck mitzumelden haben. Wirklich einen Scheißdreck. Wenn die USA nicht mehr in der NATO wäre, dann wäre die ein Bündnis ganz anderer Art, denn die USA sind eine aggressive Weltmacht. Das haben die meisten noch nicht verstanden. Facts. Facts. Das sind die größten Terroristen. Und ich sage, wenn wir als Deutschland nicht in der NATO wären und uns mit Russland verbündet hätten, so wie Putin das auch wollte und wir ein bisschen bessere Beziehungen mit denen aufgebaut hätten, wären wir eine direkte Konkurrenz zu Amerika geworden und hätten da auch mitgespielt. Ich meine, hätten auch was zu melden gehabt im Endeffekt. Eine aggressive Weltmacht kein Verteidigungsbündnis anführen kann. Jede Macht könnte ein Verteidigungsbündnis anführen, aber nicht die Macht, die überall in der Weltkriege führt. Das ist ja völlig widersprüchlich. Und deshalb ist das ein Thema, das wir wieder ins Bewusstsein heben müssen in der politischen Debatte, dass die USA eben eine aggressive Weltmacht sind und dass sie daher nicht einem Verteidigungsbündnis angehören können, dem auch Deutschland angehört. Denn wir sehen ja, die ganzen Kriege der letzten Zeit haben irgendwie immer was mit den USA zu tun. Ja, immer. Der Ukraine-Krieg, das ist ja eine meiner Thesen und die stützen Sie ja auch, ist kein Krieg der Ukraine gegen Russland oder Russland gegen die Ukraine. Der Ukraine-Krieg ist ein seit Jahrzehnten vorbereitender Krieg. USA gegen Russland. USA gegen Russland, um Russland zu schwächen. Ich sehe es genau gleich. Ja, und deshalb muss man eben da versuchen, diese Propagandawelle zu durchbrechen. Und das ist das eigentliche Hauptproblem. Wie kann man diese Vergiftung, die eben eintritt, wenn man immer wieder die Lügen hört und dann irgendwann glaubt, wie auch welche. Aufhören, Fernsehen zu gucken, Medien zu konsumieren und diese ganzen Sachen so. Einfach damit aufhören. Und vor allen Dingen an seinem eigenen Bewusstsein arbeiten so. Weißt du? Und sich da selbst weiterentwickeln und eine vernünftige Verbindung mit sich selbst und mit dem Göttlichen aufbauen. Dann fühlst du was richtig und was falsch ist so. Da brauchst du keinen RTL oder keinen ZDF oder keinen ARD, die dir erzählen, ey, das ist richtig, das ist falsch. Und das geht bei allen Themen. Das fängt an bei 9-11 über Corona, über Russland, Ukraine, über Israel, Palästina. Diese ganzen Sachen so. Hör auf da, die Mainstream-Sachen dir reinzuziehen und dich davon programmieren zu lassen. Sondern mach dir deine eigene Meinung. Bild dir deine eigene Meinung so. Weißt du? Vorausgesagt hat, das ist die Wahrheit. Der hat das genial erkannt, was da eigentlich läuft. Und wenn also diese Propaganda so lange wirkt, dass eben alle meinen, ja, das ist ja so, der böse Russe, der hat also angegriffen und die USA brauchen wir, um uns zu schützen. Dann ist es eben wirklich die Aufgabe, durchzubrechen und zu sagen, das stimmt alles. Karusmo sagt, Love-Stream einschalten. Oder so. Das ist natürlich die beste Variante. Love, Bro. Die Menschen immer wieder und immer wieder nach dem Motto steht der Tropfen, hüllt den Stein, zu versuchen, das aufzubrechen. Und deshalb bin ich ja auch gerne ihrer Einladung gefolgt und zu unserem Gespräch gekommen, weil ich das sehr schätze, dass sie zu denen gehören, die immer wieder versuchen, die Leute mit der Wirklichkeit zu konfrontieren. Facts, ganz ein guter Mann. Immer diese komischen Wörterdecker, anti-amerikanische, bla bla, Putin-Versteher, Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner. Ja, Jungs, Mädels, bei diesen Begriffen muss man einfach schon, wenn solche Begriffe um deine Ohren fliegen, dann weißt du auf jeden Fall, dass deine Meinung näher an der Wahrheit ist, als du denkst. Ich weiß dir, Digga. Gebraucht werden, wir bräuchten Putin, verstehe, in Deutschland, die wüssten was. Ja, Digga, vor allem sind das so Begriffe, das sind so Begriffe, so Querdenker. Querdenker war mal Lob, weißt du? Alle großen Namen, Tesla, Einstein, diese ganzen Leute, waren alles Querdenker. Und dann wird das genutzt, um eine gewisse Menschengruppe zu diffamieren, obwohl es eigentlich eine Auszeichnung ist, im Endeffekt. So, dann ist Russland-Ukraine Konflikt und du versuchst mal zu verstehen, wie das eigentlich dazu kommen konnte. Und dann sagst du, dann sagst du hier, Dings, Putin-Versteher, was eigentlich eine gute Sache ist. Wenn es einen Krieg gibt gerade, dann ist es doch geil eigentlich zu verstehen, warum es den Krieg gibt. Dann kannst du doch eigentlich erst für Lösungen sorgen, wenn du jemanden verstehst. Das ist eigentlich gar keine Defamierung, weißt du? Also, diesen Präsidenten der UNSSR bewegt, ich sage in letzter Zeit immer, wir brauchen wieder Deutschland-Versteher. Oder Scholz-Versteher wäre etwas unpassend jetzt wieder bei meiner Wertschätzung dieser Person. Aber Deutschland-Versteher in dem Sinne, dass sie wissen, was die Interessen der Deutschen und der europäischen Bevölkerung sind. Und die sind ganz einfach, wir wollen nicht in einen Krieg verwickelt werden. Und solange wir den jetzigen Weg gehen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem Krieg verwickelt werden. Ja, okay, haben wir uns reingezogen. Also, das Video heißt Ganser enthüllt geheime Agenda und Daniele Ganser hat nicht ein Wort gesagt. Da muss ich zum Kanalersteller auch mal so eine kleine Kritik äußern. Das hättest du ein bisschen anders nennen können, auch wenn ich das so sagen darf. Dann hättest du Oscar geschrieben, weißt du? Trotzdem geht Liebe raus. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Haltet die Augen steif. Peace out. Mini-Kritik so, von Seite kurz.